Hallo liebe Sportsfreunde, da bin ich wieder. Mein Name ist Aishe und ich freue mich wieder auf das nächste Video mit euch, auf das nächste Workout. Heute habe ich was ganz Tolles für euch vorbereitet und zwar möchte ich gerne eine Plank-Challenge für Anfänger machen. Das heißt, ich würde euch verschiedene Plank-Versionen zeigen. Wir würden eine Plank-Version zweimal hintereinander 20 Sekunden wiederholen und dann wechseln wir wieder. Ihr habt dazwischen die 10 Sekunden Pause, dürft euch kurz ausruhen und dann wechseln wir wieder. Ich werde nebenbei immer die Übungen erklären. Wir starten heute direkt mit dem Plank. Ich möchte euch bitten, bitte vorher aufwärmen. Wir haben so viele Videos, wo ihr euch das angucken könnt. Kurz aufwärmen und dann mit dem Plank-Challenge starten. Ich würde mich freuen, wenn ihr in den Kommentaren hinterlasst, wie es für euch war. Ob es so anstrengend war oder war das okay? Brauchst du mehr? Ich würde mich sehr, sehr, sehr auf Kommentare freuen und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Basic-Plank. Musik auf, schön hochdrehen, ganz wichtig. So, wir fangen mit dem Basic-Plank an, runter an, Schultern rein, Füße nach hinten, Blick nach unten. Und dann, ganz wichtig ist. Schultern ins Brot, Bauchdrehen, Knochen und Knochen, Bauchdrehen, Knochen angespannt, Vort halten! Ja, Knochen! Schön, rassen rein. Echer drin, Knochen! Wupp! 3, 2, 1, Rütteln, super, also Rütteln und Schütteln, wir wiederholen das noch einmal, super, nochmal Position eingehen, Rütteln fest, und heißen, Bauch ist fest, genau, linken auf den Boden, atmen, und heißen, Halt 순간, Halt, Halt, Blech, und greifen, die Beißbitte, kleben, Hüßchen, Küste Einmal ein bisschen. Sehr fest. Bauch ist fest. Schultern, Kühlen unter die Läste. Genau. Halten. Halten, zieh die Schuhe. Genau. Two, one. Einmal lockern. Und seitenschläge. Super. Mutterhand stückseitig. Füße strecken, Bauch ist fest. Zieh die Schuhe. Bauch ist fest. Hochheil ist ein Alkohol. Denkst du vor, dass du einstiegst. Sehr fest. Armut. Und legst du. Sehr fest. Die Nase ist zu spüren. Sehr fest. Und, whoo. Super. Wir kommen wieder auf vier Füße. Süße Nacken. Sechs Komponenten. Wir nehmen die Füße. Und weiter. Und weiter. Perfekt. Super. Gut, tief an die Brust. Schiff. Schraube und halten. Einmal an die Seite. Perfekt. Es ist gut gewesen. So muss es auch sein. Einer Hütteln und Schütteln. So. Mal kommst du wieder rein. Super! Oberklassen. Sechst nicht hin und mehr. Sechst noch das Körper. Du. Boah, gut! So, jetzt du siehst. Ich spür sie hoch. Am Bauch. Perfekt. Wir haben jetzt eine kleine Pause. Gut, das war's. Kurz durchatmen. Die Hälfte habt ihr schon geschafft. Super. Ganz wichtig, schön gerade bleiben. Wenn du anfängst zu zittern, das ist die richtige Position. Immer schön dabei bleiben. So, meine Lieben. Kurz durchatmen. Trinkt was. Wir machen Runde 2. So. Jetzt gehen wir ein bisschen runter. Wir bleiben auf Vierfüßler. Die Übung möchte ich euch gerne vor, bevor es startet, nochmal kurz erklären. So, die ist gar nicht sehr kompliziert, aber viele finden das immer sehr schwer. Wir bleiben auf Vierfüßler und dann drücken wir unsere Knie nur hoch. Bleiben auf 10 Spitzen und halten 10, 20 Sekunden und dann eine kleine Pause. So, nächste Musik, nächstes Lied. Genau, super. Ich bleibe mich bei meinem DJ, der hilft mir jetzt. So, meine Lieben. Position ein, schulterfrei. Händen wo durchgestreckt. Blickt noch und Fisher. 3, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 11, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3. Einfach aus, ist aber sehr, sehr intensiv. Einmal mal dein Lieblingschübers. Two, one, go! Drei. Merkst du nicht, wie du ein Stückchen lang bist. Drei. Drei. Das macht das Ganze ein bisschen intensiver. Dann schnell entscheidend. Two, one, go! Locker. Perfekt. Immer weiter. Wir nehmen unsere Anstrengung. So. Wir halten. Nur halten. Du unterweckst von den Haaren. Bauchschmerzen zu mir. Wir sollten sie ziehen. Hohe Haken sind angespannt. Wir wollen nicht was hier, sondern wir bleiben in einer Linie. Halter. Halter. Gut. Halter. Super. Noch einer. Leit. Leit. So ein bisschen hinein. Two, one, go! Halter. Super. Leit. Na. So, schön Acht mit dabei. Super, noch ein bisschen, ja. So, super. Einmal die Tülle, die Tülle. Perfekt. So, geht's jetzt. Und, go. Tülle, 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 tülle. Ja, schön Acht mit dabei. Dein Körper ist super. Super, stress. Also, du bist ruhig gestreckt. Bauch ist angespannt. Kohl ist angespannt. Nur die Hand klebt. Und, go. So, in die Letzzone. Das ist geschafft. Come on. Geht ihr das zu schwer? Ja, das ist jetzt noch vorne. Rest, hält, 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 ja. In die Schulter. So, perfekt. Wir haben es geschafft. Vielen, vielen Dank. Wenn du das jeden Tag ein bisschen machst, dann hast du schon deinen ganzen Körper trainiert. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Bitte, bitte, warm up nicht vergessen. Ihr könnt ihr in unseren anderen Videos hinnehmen. Und ich bin aus der Puste. Ich wünsche euch bei dem Training ganz, ganz viel Spaß. Bis bald. Tschüss.